Sturmprüfung, Verwirbelung, okay, Verwirbelung, da muss ich ja ihn hier schon nehmen. Mal sehen, vielleicht gefällt er mir hier. Puh, ich weiß nicht, ob ich es nicht. Ich gehe, ich gehe. Das war's für heute. Na, wie gesagt, wer so fein tut er mir jetzt nicht. Ich hätte mich hier eher Sacha-Rose gewöhnt. Auf Wiedersehen. Oh, das ist überhaupt nicht jeder. Soll es auch nicht die Wild? Das war's für mich. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Das war's für heute. Ich bin das nämlich noch nicht. Das war's für mich. Ich habe Kreis gedrückt. Aber leider zu spät. Oh nein, drei von denen. Das war's für heute. Das war's für heute. prüfung bestanden jetzt kommt die prüfung der bg wir sehen insgesamt zehn mal eine spezialfähigkeit auf bitte was das ist doch das ist doch jetzt ja 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 Das war's für mich. Was ist das? 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 Das war's für heute. Das war's für dich. Ist das dein fucking Ernst? Sooo Nice Vielen Dank.